Hallo und herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Weekly und zum zweiten V-Log dann am Wochenende. Genau. Wir haben auch die Japan Candy Box heute schon, deswegen auch das zweite Stück schon. Unsere Kamera hat wieder kaum gesagt, wie die Kalli eben gesagt, deswegen machen wir heute das ganze mal ohne großartig drum herum zu reden. Die kommt mir im Laden gar nicht mehr hinterher, wir machen gerade so viele Weeklys und V-Logs, dass die nicht mehr so schnell lädt. Wir haben auf jeden Fall die Post in zwei Teile geteilt, deswegen machen wir zwei Weeklys, heute eins und morgen eins. Also wundert euch nicht, wenn eure Post heute nicht dabei ist, wir haben einfach die Stapel in der Mitte geteilt. Genau. Wollen wir morgen noch sagen, was diese Woche war und was morgen kommt? Das war heute das Gewinnspiel noch beendet. Machen wir morgen das, was war, was kommt, was ist gewesen. Und die Kommentare. Und heute das Gewinnspiel von gestern. Darum wartet ihr bestimmt alle eher am meisten schon. Genau. Wir haben richtig viele gute Kommentare bekommen und haben es uns echt nicht leicht gemacht. Wir haben uns ein paar ausgesucht, wo wir gesagt haben, die haben uns wirklich bewegt. Es haben uns eine ganze Menge bewegt. Und dann haben wir einfach ausgewürfelt, weil es war wirklich so, wir hatten es echt schwer. Und dann haben wir einfach einen Gewinner für Chloe, einen Gewinner für Max genommen. Genau, wir haben uns die besten Fennnamen rausgeschrieben und haben dann eben wirklich gewürfelt. Genau, weil es wäre anders. Wir hätten nicht den einen oder die eine Gewinnerin wählen können. Das war nicht wirklich. Es waren so viele Antworten, die uns wirklich bewegt haben. Wir saßen teilweise hier und dachten uns nur noch so, oh, schon echt hart manche Sachen. Und manche waren wirklich auch sehr, sehr schön. Also es ist so eine Mischung aus traurig und berührt gewesen. Aber nicht lange drum herum reden. Gebt mir mal kurz die Sachen. Wir wollten nämlich auch zeigen, was ihr dann nämlich auch bekommt. Genau. Es ist nämlich so, wir machen dann als erstes das Chloe-Paket. Das Chloe-Paket hat einmal den coolen Life is Strange Beanie. Ich mache gerade die beiden Hüllen in die Kamera. Die sind jetzt... Genau, das sind die iPhone und die Samsung-Hülle. Genau. Dann gibt es dazu die Nani. Nein, die gibt es dazu nicht. Wir haben dann noch jede Menge Buttons, die wir aufteilen werden auf die Pakete. Genau. Dazu auch noch die guten... Und... Nani guck dich immer hinterher. Dann natürlich auch noch ein paar Life is Strange... Nani macht keine Hundehaare. Life is Strange ähm... Sind das Sticker oder sind das normale Postkarten so einer Art? Also Aufkleber. Dann haben wir jede Menge Aufkleber. Und dann natürlich haben wir in dem Max-Paket die Life is Strange Tasche. Genau. Da gähnt der Hund erstmal. Echt. Echt langweilig das. Und dann natürlich die Shirts. Einmal das Max-Shirt. Und das... Das Chloe-Shirt. Genau. Und dann geht es direkt mal los. Denn das erste Paket... Ich mach da mal mit... Soll ich den anfangen machen? Okay. Das Chloe-Paket. Das heißt... Chloe-Gewinner. Wir haben einmal das Chloe-Shirt. Ich packe das jetzt mal zur Seite. Haben da die... Ist das das iPhone? Nein. Das ist das Samsung. Ich hab ein... Ich hab ein Nokia. Ähm... Die iPhone-Hülle haben wir dazu gepackt. Dann... Den... Weini... Genau. Und Backen gucken wir noch, wie wir verteilen. Genau. Die verteilen wir dann gleichmäßig. Und gewonnen hat... Little Diamond. Herzlichen Glückwunsch. Viel... Viel... Genau. Alles Gute. Was wollte ich sagen? Glückwunsch. Viel Glück. Auf jeden Fall... Viel Spaß damit. Schicken wir dir zu. Bitte, bitte, bitte. Auch noch ganz wichtig. Schick uns als private Nachricht deine Anschrift. Weil ansonsten... Wenn sich die Leute übrigens nicht melden innerhalb von einer Woche, werden wir im nächsten Weekly die ganzen Sachen weiter verlosen. Genau. Dann haben wir hier das Max-T-Shirt. Die Tüte. Die Tasche. Und die Samsung-Hülle. Genau. Und natürlich auch... Wir haben genau sechs Buttons. Das heißt, jeder kriegt drei Buttons. Genau. Und ich glaub vier Sticker. Guck mal, wie man die auch kennt. Ich geb's jetzt mal gerade. Genau. Ich glaub nicht, dass da bei dir da hinten liegt. Die gehen sogar genau auf. Also jeder von euch bekommt... Das ist besser noch. ...den Life is Strange. Den Arcadia Bay. Und... Den... Button. Den Jane Button. Und gewonnen hat... Und der Gewinner vom Max-Paket ist Skorv BB. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Auch an dich. Bitte, bitte, bitte schick uns in einer privaten Nachricht deine Anschrift, wo wir das hinschicken sollen. Genau. Und auch an dich, falls wir das dann in einer Woche nicht bekommen, verlosen wir das einfach ganz normal dann weiter. Dass es auf jeden Fall nach draußen kommt. Genau. So, ich mach dir jetzt hier schon mal einen Brief auf. Wir behalten das alles selber. Ne, aber auch an die anderen. Also wenn ihr nicht gewonnen habt, das heißt nicht, dass uns eure Geschichten nicht weniger berührt hat. Aber wir mussten einfach, wir konnten nicht an alle Leute was verlosen. Hätten das an manchen Stelle wirklich gerne gemacht. Nani, lass das. Aber, aber, aber das ist doch so spannend. Okay, ich muss jetzt mal gucken, dass ich das das Richtige... Oh, hier ist eine... Ein Rückumschlag. Ähm... Da hast du, glaube ich, irgendwas falsch gemacht, weil da steht der Absender drauf. Und erstens müsste eigentlich, oder warte mal, wobei, eigentlich müsste deine Anschrift da drauf stehen. Und wir haben das jetzt beim letzten Mal schon machen müssen, weil da hatten uns einige keine Briefmarke draufgepackt. Genau, immer eine Briefmarke drauf. Das heißt, wir können leider an die Sachen nichts zurückschicken, weil wir wirklich ansonsten, wenn wir bei jedem Brief nochmal 70 Cent mit drauflegen müssten. Das hört sich jetzt vielleicht wenig an. Im Einzelfall ist es wenig, aber rechnet das mal auf 30.000 Apos. Genau, wir hatten es beim letzten Mal dazu gesagt und haben dann diejenigen, die es nicht drauf hatten, oder die, bitte auch nochmal ganz wichtig an euch, unsere Autogrammkarte. Hast du sie gerade mal da? Nee. Jetzt war das auch diesen Zettel hier, wo du sie notiert hattest. Ach ja, doch, genau. Stimmt. Genau. Ähm, schickt uns nicht zu kleine Briefumschläge, weil wir hatten eine, da mussten wir die Briefmarke selber nochmal zahlen, weil der Briefumschlag zu klein war. Genau, da hat die nicht reingepasst. Genau, deswegen, bitte. Genau, hier ist ein Briefumschlag, da ist es genau richtig. Hier unten, wo ich jetzt die Hand drauf halte, da steht die Adresse und da ist auch die Briefmarke drauf. Genau, hier ist es aber trotzdem nochmal vor natürlich. Hi Fabi, hi Kali. Ich schreibe euch zum ersten Mal einen Brief, warum ich am Computer schreibe. Meine normale Schrift ist nicht zu ertragen. Ich hoffe, es stört euch nicht, klar. Dennoch habe ich ein paar Fragen an euch. Erstens, ich würde gerne Minecraft am Computer spielen, aber das Spiel gibt es nicht mehr in den Läden. Minecraft gab es noch nie für den Computer in den Läden. Du kriegst es immer nur über die Minecraft-Seite. Einfach www.minecraft.com glaube ich. Oder gib Minecraft Kaufen ein, online. Dann findest du es auf jeden Fall. Und da bekommst du es. Eigentlich gab es das online nie anders. Es gab es jetzt halt nur für die Konsolen dann immer in den Läden. Welche Rasse sind Hanni und Nanni? Das werden wir tatsächlich verdammt oft gefragt. Spanien-Messling sind die beiden. So, mehr Fragen habe ich nicht. Dank Kali bin ich auf Star Stable gekommen. Ich spiele das Spiel so gern. Und dank Fabi bin ich auf Minecraft gekommen. Aber wie schon gesagt, ich weiß nicht, wo man das Spiel noch kriegt. Ich schaue eure Videos immer, wenn es mir nicht gut geht. Nach euren Videos geht es mir dann immer besser. Ihr seid die besten YouTuber der Welt und ich finde, ihr seid ein richtig gutes Team. Dankeschön. Dankeschön. Und das merkt man. Meine Lieblingsprojekte sind Star Stable, Minecraft, Splatoon, Sims 4 und natürlich die Weeklys. Ich habe euch noch einen Umschlag für die Autogramme an den Brief mit reingesteckt. Ich hoffe, der Brief war nicht zu lang und entschuldige meine Rechtschreibfehler. Das ist kein Problem. Es war noch zu verstehen. Heißt du Thalia? Auf Star Stable heiße ich Hazel Shurens. Okay. Da müssen wir dir wirklich sagen, wir schicken dir gerne eins zurück. Aber bitte, also ganz wichtig für dich, schreib deine Anschrift. Die kommt da unten hin und nicht mit Absender, genau. Normal hier oben steht dieser Absender, weil ansonsten wird es ja schon irgendwann... Genau, wird es wieder zu dir zurück. Da wird es quasi normalerweise dann... Na gut, dann ist es... In dem Fall wäre es dann jetzt... Ja, stimmt. Weil die Post wundert sich vielleicht, wenn Absender und Empfänger dasselbe sind. Genau. Also im Normalfall bitte schreibt sie hier unten hin und bitte, bitte, bitte immer eine Briefmarke mit dazu. Weil, stellt euch vor, wir kriegen... Wenn wir ungefähr 20 Briefe bekommen pro Weekly, das trifft es ungefähr ganz gut. Und bei jedem 70 Cent selber zahlen müssen, wird das auf die Dauer für uns eine ganz schöne Belastung, die wir nicht tragen können. Deswegen nochmal an dich bitte, wir schicken dir gerne eine Autogrammkarte zu. Aber dann am besten... Du kannst auch gerne auf den Brief Bezug nehmen. Du brauchst auch gar nichts viel mehr reinschreiben. Einfach nur Brief mit Rückumschlag. Und dann schicken wir dir natürlich sehr gerne eine zu. Genau. So. Dann hier der nächste Brief. Mich würde... Warte mal. Vor allem, ich sehe gerade... Was... Vor allem, da du erscheint ja mehrere Briefmarken brauchst, würdest du dir sogar noch richtig teuer werden. Ich muss ja mal gucken, hier ist eine 1 drauf, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6, aber ich finde keinen Brief. Weil hier kommt nämlich jetzt direkt, mich würde es auch sehr freuen. Weil das mir eine Autogrammkarte für mich geht, für mich und meine Freundin. Kaddi knudelt Fabi, Hanni und Nanni und Romero von mir. Habt euch nie. Aber meine Familie und Freunde mehr, das ist auch richtig so. 2-fach Autogrammkarten verschicken, das machen wir nicht. Genau. Weil die Sache ist die, wir haben zwar jetzt noch ungefähr 50, würde ich grob schätzen. Aber wenn wir jetzt an jeden 2 machen, dann haben wir bald keine mehr. Wir können die nicht so schnell neu machen. Und da wir halt mehrere Leuten die Möglichkeit geben wollen, tut es mir leid. Aber wir können dir leider nur eine geben dann pro Brief in der Richtung. Weil ansonsten würde ich dann auch teilweise schreiben, hey, gib hier nochmal für mich und meine 3 Freunde. Und dann ist es sehr, sehr schnell weg. Und wir möchten wirklich mehr Leuten die Möglichkeit geben. Tut mir leid. Das stimmt. Aber ich knudle den Fabi, die Hanni und die Nanni. Oh, das ist die ganz müde. Okay. Gibst du mir mal den nächsten Brief schonmal? Ja. Siehst du ihn so auf? Ich denke ja. Der ist durchsichtig. Achtung, da ist die Adresse hinten drauf. Meine Güte. Ich muss das immer... Das ist der Fabi durcheinander gemacht. Das ist die 3, das ist die 2. Oh. Das ist ja eine total lustige... Ah, anscheinend war hier einfach nur die Zahl vertauscht. Die 2 ist nämlich sehr gut. Ah. Hey, Kati, ich schreib dir zum ersten Mal einen Brief. Ich liebe deine Videos. Immer wenn ich mal traurig bin, gucke ich mir einfach die Videos von dir an. Und dann geht es mir besser. Mach weiter so mit den Videos und ich wünsche mir von dir und Fabi eine Autogrammkarte. Genau. Und ihr könntet mir dann auch eine meiner Freundin machen. Das ist auch ein riesen Fan von euch. Genauso wie ich. Schau mal. Ah, das ist voll knuffig. Das ist das Bild von der Mandy und mir in unserer Island der Kauf Folge. Das halte ich mal rein. Das ist von dem nächsten Brief dann. Ich heiße auf SSO Ines Sharkwater. Äh, äh, Watcher, der sagt mir sogar was. Ich war schon dreimal auf einem Fantreffen von dir. Ich bin in London 16. Bitte hör nie auf dem SSO. Keine Angst. Ich bin in Wirklichkeit 10 Jahre alt und werde im Juli 11. Ich gucke mir sehr gerne deine Let's Plays an. Auch die Let's Plays von dir, Fabi. Vor allen Dingen gucke ich Minecraft von dir. Und mich würde es freuen, wenn du mehr Videos auch mit Romero machen könntest. Bei mir sind in der Let's Plays schon länger keine mehr. Ja, ich schaff's einfach momentan leider zeitlich nicht. Das ist das Problem. Also, es ist definitiv in Planung alles. Also, ihr denkt nicht, dass wir das Ganze vergessen. Ähm, das ist alles in Planung. Aber gerade einfach ein bisschen schwierig. Hihihi. Langeweile in der Schule. Sehr gut. Okay, dann während du die Bilder zeigst, mach ich schon mal den nächsten Brief dann. Hallo Kaddi, Halli... Wo? Halli Fabi. Hallo Kaddi, hallo Fabi. Das ist mein erster Fanbrief überhaupt. Und deswegen entschuldige ich mich erst einmal für meine Schrift. Die ist doch wohl saugut. Aber echt? Ähm, und die vielen Rechtschreiberfehler. Bis hier habe ich noch keinen gefunden. Ich heiße Julia und in SSO Giana Discomountain. Ich weiß, dass das jeder sagt. Aber ich sage es trotzdem. Ich bin euer größter Fan. Eure Videos sind cool. Und ich liebe euch. Glückwunsch zu fast 30.000 Abonnenten. Wenn es sich jemand verdient hat, dann... Dann ihr. Am liebsten schau euch Star Stable, Riding Out, Abends auf dem Reiterhof, Minecraft und Yoshi Swooly World. Was kommt ihr jetzt? Dass er leider nicht mehr... Dass er leider nicht mehr ist. Ja, aber da kommt auf jeden Fall noch demnächst sicher. Ganz versprochen. Es kommen ganz bald die Folgen. Versprochen. Zu der Zeichnung. Das sind Kaddi und Mandy. Ähm, Alisha Snowdoter. Ganz genau, hast du ja auch schon gesagt. Mit Vanilla Dream und Pumpkin Pie. Es ist nicht so schön, aber klar, es ist voll gut geworden. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich bin fast 3 Stunden davor gesessen. Falls es euch gefällt, wollte ich euch fragen, ob ihr noch mehr Bilder wollt. Wenn ja, sagt mir von welchen Pferden. Es war genau auf dem Knick, sorry. Jetzt muss ich euch etwas erzählen. Dream Hunter heißt mein Appalooza auch. Aber weil der meiner Freundin so hieß... Achso, genau. Dann bin ich darauf gekommen, dass deiner auch so heißt. Ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen. Könnt ihr diese Spiele let's playen? Mario Kart 8, Mario Party 10, Super Smash Brothers oder Splatoon? Splatoon haben wir hier reingebracht. Mario Kart hatten wir eigentlich nur bevor, dass wir es so im Stream so ein bisschen als Multiplayer mäßiges zeigen. Super Smash Brothers ist das Kaddi nicht wirklich Fan von. Vielleicht wenn ein neues Teil rauskommt, neuer Teil davon rauskommt. Und Mario Party, finde ich, sollte man wirklich zu viert sein, damit das richtig geil kommt. Deswegen müssen wir mal schauen. Könnt ihr euch einen zweiten Account in SSO auf dem zweiten, dritten, vierten Server... Achso, ob wir uns einen machen können. Ich bin nämlich auf dem zweiten Server. Und dann noch könnt ihr bitte Caroline Southstone, Nadine Rainhill, Sina Dogpaw, die... Oh Gott, jetzt wird's schlimm. Ähm, das erkenne ich kaum. Die Schrift ist bisher super gewesen, aber das Wort kann ich nicht lesen. Die Invisible Tornadoes. Oh Gott, dein A, dein I ist ein Zack nach unten. Alles klar. Die Invisible Tornadoes und die Invisible Hooves grüßen. Alles klar. Vielen lieben Grüße an die Invisible Hooves, Invisible Tornadoes. Carolina Southstone, Nadine Rainhill, Sina Dogpaw. Genau. Wäre echt nett. Eine Frage noch. Könnt ihr mir ein Aufnahmeprogramm empfehlen, das nicht viel kostet? Ich liebe euch, Hanni und Nanni und Romero. Liebe Grüße, Julia. Der erste Brief ist von... Ist das von einer Sechsjährigen? Ich glaube. Wow, dann hast du echt sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, aber wirklich. Das ist echt krass. Also zu den anderen Sachen erstmal. Einen zweiten Account machen wir nicht. Derzeit kann man ja wieder auf den ersten Server wechseln auch. Und das wäre dann blöd, weil wir gerade diese ganzen Probleme haben mit Fake-Accounts und alles. Und dann würde das nur da rein spielen. Und wir hätten auch keine Zeit wirklich... Wir haben ja kaum Zeit für unsere ersten Accounts. Deswegen... Tut mir leid, das können wir leider nicht machen. Dafür haben wir ja diese Streams, damit ja zumindest alle noch so ein bisschen mit teilhaben können daran. Und Aufnahmeprogramm... Also wir nehmen Fraps, das aber eine ganze Menge Leistung braucht. Man kann auch... Kanten Action, Merrillless Action können wir auch empfehlen. Das ist auch günstiger. Das kostet 25 Euro. Genau. Ist da einen kleinen Ticken günstiger. Und es braucht sehr, sehr wenig Leistung. Das ist der Vorteil. Das nehme ich immer bei Sachen, wo das Spiel schon so viel Leistung frisst, dass ich es eigentlich kaum noch zeigen kann. Aber auf jeden Fall auch... Vielen Dank, Anna, für deinen Brief. Und hier kamen wie gesagt noch ein PS zu meinem letzten Brief. Nämlich ein PS. Bleibt so wie ihr seid. Und liebe Grüße noch an die Leni-Goldworte und die Chesno-Worte. Viele liebe Grüße. So, packe ich das nochmal nach drüben. So, welchen willst du? Dener. Den großen. Fabi gibt sie nicht mit kleinen Sachen. Ich hoffe, dass ich den gescheit aufkriege. Kann ich den auch aufreißen? Ich habe erstmal gefühlt, nicht dass hier irgendwas drin ist, was genau die Größe hat. Und dass ich dann mit einreiße. Das wäre nämlich ein Problem. So, hier ist auch ein Rückumstag bei. Da steht keine Adresse drauf. Aber die ist hinten auf dem Brief drauf. Und hier war noch eine Briefmarke beigelegt. Genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist auch möglich. Es sollte halt nur erkenntlich sein, wo es hingehen soll. Und eine Briefmarke das Ohr. Legt das hier mal zusammen auf den Brief. Huiuiuiui. Bei mir ist aber ordentlich was drin. Eieieiei. Ich lese schon mal vor. Liebe Kadi, liebe Fabi. Ich finde euch und eure Videos total cool. Schaut alle eure Videos gerne. Übrigens habe ich auch auf SSO. Und wahrscheinlich kennt ihr mich schon. Ich heiße auf SSO Carla Pandason. Ja. Ich würde mich mega über eine Autogrammkarte freuen. Bekommst du. Liebe Grüße Katharina. Und hier steht noch ein PS. Ich habe noch einen Briefmarke reingelegt. Genau. Super. Und da ist noch ein Set für mal. Meine Güte. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht irgendwas in die Kamera halte. Es tut mir voll leid, wenn das bei mir passiert. Danke dir, Carla. Ich habe ja einen Kadi. Ich war zu dir. Bei mir wird es langsam etwas voll. Okay. Oh je. Du hast wieder so viele Sachen hier reingepackt. Ich schneide einfach mal in den Karton auf. Jetzt will ich ein bisschen vorwärts gehen. Wow. Das sind die Mahlvorlagen. Das ist ja cool. Oh Gott. Sie hat hier einen Kalender gemacht. Wow. Cool. Und hier ist auch ein Fabi. Schau mal hier. Sau cool. Auch eine echt gute Idee. Ja. Schaut bei mich jetzt hier. Das mag das wohl sein, wenn das nicht Dark Magic ist. Dann haben wir noch das hier. So ein bisschen blöd alles mit einer Hand zu halten. Ah, Äpple-Cake. Das ist davon. Das ist, das ist, das ist was vor allem. Versuchen bei dem Brief zuerst zu finden. Aber irgendwie finde ich ihn immer als letztes. Hier. Liebe Kalender, lieber Fabi. Ich liebe eure Videos. Ich habe euch schon öfter Sachen geschickt. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich heiße Jane Lightning, äh Light Mountain. Habe auch einen YouTube-Kanal, aber leider nicht zu viel hoch. Ähm, da ich es zeitlich nicht schaffe, da ich gerade eine Ausbildung zum Helfer im Gartenbau mache. Okay. Und sehr viel lernen muss. Ich habe mittlerweile 32 Pflanzen-Namen im Kopf. Sowohl botanischer als auch deutsch. Ähm, naja, wie dem auch sei. Für Fabi ist das, ähm, Yu-Gi-Oh-Deck. Lass mir ein Yu-Gi-Oh-Deck reingepackt. Und für Kali habe ich einen Kalender gebastelt. Ein Bild für Fabi ist, ähm, in dem einen Umschlag noch drin. Die anderen beiden sind für Kadi. Ich hoffe, die Sachen gefallen hat. Ich bin gespannt. Liebe Grüße, eure Jane Night Mountain. Ich bin ja eh so ein, äh, so ein Kartenspieler. Äh, noch eine Frage, wenn es nicht zu privat ist. Wollt ihr mal Kinder haben? Dabei haben uns extra noch so keine Gedanken gemacht. PS, ähm, habe euch eine Liste mit meinen derzeitigen Pflanzennamen dazu gemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Moment. Das war, glaube ich, das hier. Das habe ich, glaube ich, durchgesehen. Huch. Oh Gott. Du Arme. Hier. Hier sind die ganzen Pflanzennamen, die sie kennen muss. Oh mein Gott. Eieieiei. Gemeine Ei, gemeine Ei, gemeine Eibe. Ähm, die lese ich jetzt nicht alle vor. Stiereiche, Wiesenlöwenzahn. Warum, 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 warum muss man das alles können mit Lateinischem Namen? Ich glaube, dass sie, ähm, dass sie einfach, naja, es ist ja genauso, warum musst du die ganzen Sachen als Arzt können, die ganzen Begriffe, weil du einfach, ja gut. Hier sind die Bilder drin, steht hier drauf. Oh. Ich glaube, ich kann das hier einhalten. Oh, ich bin hier gerade auf dem Fuß getreten. Ja, das bist du. Ich gucke mal, ich schaue mal ganz kurz, wie es für ein Akku aussieht. Ja, einspalten. Dann mach da jetzt schon mal auf. Hast du schon? Ja, meins ist schon offen. Ich warte nur noch auf. Hier sind noch Bilder drin, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob du... Oh, sind da leckerchen drin? Das sind die Bilder noch für dich? Ja, ich glaube, das sind leckerchen drin. Schau, dass sie dir noch bezeichnen kann. Das eine ist für mich, und das ist diese andere für dich. Ich hoffe... Sehr cool. Ich brauche mehr Hände, ganz klar. Das Deck packe ich dann gleich aus, sonst rutscht mir hier alles runter. Ich kann es gar nicht hinlegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch an dich. Und dann haben wir hier noch... Es ist verzollt worden sogar. Ja. Kam es aus dem Ausland? Ja, aus der Schweiz. Von der Lara. Lara Leder. So, dann schaue ich hier mal als erstes. Hey Kadi und Fabi, ich war ins Leni009 von den Streams. Ich habe ja schon gesagt, dass ich für Kadi einen Schleich repaint habe. Ja, stimmt. Das riecht man, glaube ich. Stimmt, hm? Es riecht nach Farbe. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich bin noch nicht so gut im Repainten. Es sollte Romero darstellen. Oder bin ich mal gespannt. Fabi habe ich die gelbe Box mit Looms und das war Little Pony Zeugs. Ich weiß, dass die Maske etwas klein ist, doch ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass euch die Süßigkeiten aus der Schweiz schmecken. Uh. Toblerone. Die einzige Süßigkeit habe ich auch nicht aus der Schweiz. Ne, Lindt. Lindt ist auch. Lindt Sprüngling ist auch aus der Schweiz. Schweizer Schokolade. Eigentlich ist es wirklich das, was man sowas ist. Ich bin immer gespannt, was da drin ist. An Süßigkeiten ist Schokolade und Ricola. Ricola Schweizer Crotte. Und Schweizer Armee Messer. Das ist ja keine Süßigkeit. Ich liebe euren Kanal und ich finde es toll, dass ihr so viele Videos macht. Durch euren Kanal habe ich auch angefangen, es ja so zu machen. Schweizer Leckerchen Messer. Dank euch bin ich jetzt Star Rider geworden. Leider bin ich auf dem dritten Server und nicht auf dem ersten. Wenn er wieder frei ist, versuchen ich und meinen BF zu wechseln. Vielleicht ist er dann schon gewechselt. Genau, ja. Habt ihr es ja schon geschafft. Aber ich werde wahrscheinlich nicht auf den Server kommen, weil er ja nicht freigegeben wird. Aber würden sie die Server stabiler machen, würde es vielleicht funktionieren. Aber ich habe ja meinen Club und meine Freunde und das reicht auch. Und liebe Grüße an die Conny Cloudwood und die Molika Arquatchel von der Leni Liontree. Genau, viele liebe Grüße. Liebe Grüße Leni009 oder in SSO eben Leni Liontree. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier alles drin ist. Kegi Fred. Ein bisschen Glück im 2016. Den ordentlichen Batzen Kegi Freck. Das bin ich jetzt. Ich bin auch. Warum rieche ich da eigentlich dran? Man sollte ja sagen können, man riecht was durch. Wie soll man Schokolade durchriechen? Meine Waffelspezialität umhüllt mit Milchschokolade. Uhuh. Soft Snack. Was ist das denn? Milchschokolade. Das ist alles sehr schokoladig. Das ist sehr gut. Berna Mandelbeeren. Sieht ja auch süß aus. Oh, Fabi, die muss ich jetzt auch setzen. Ich bin Twilight. Ich will es jetzt gerade nicht weiter drauf schieben. Ist ein bisschen eng. Ich glaube, die würde dir viel besser stehen. Du hast den dünneren Kopf. Aber ich habe die Brille auch. Soft Snack. Da haben wir noch Soft Snacks. Das ist extra für dich. Na so. Hier ist die Kiste mit deinen Looms. Oh ja, so ist es gut. Hier. Ah. Ah. Oh. Echte Basler Lecker. Mein Gott. Wie viele Looms hast du denn gemacht? Honiggebäck mit Mandeln, Orangiat und Frosnade. Wow. Du willst uns fett füttern. Ich sehe das schon. Ich sehe das klar durch meine magische Brille. Ich glaube, hier ist das Repaint drin. Das ist auf jeden Fall. Sau krass. Ich habe so eine Angst, dass die Kamera ausgeht. Okay. Dann beeilen wir uns mal. Falls wir gleich weg sind, dann können wir das. Verabschieden wir uns hier schon mal von euch. Sehen uns dann morgen im zweiten Teil wieder. Genau. Sollten wir nicht mehr alles schaffen, dann kommt der Rest noch morgen in den zweiten Teil rein. Jetzt hat es ja wieder eine Nachtzeit zu ... Okay, zeig ich dir das Pferd, Cati. Zu laden. Wow. Hast du doch wo hin? Ich finde Romero total ähnlich. Das stimmt. Mhm. Also dann. Mach's gut. Ah, stopp jetzt doch. Toblerone, ich habe es doch gesagt. Schrei nicht so. Gib mir meinen Zauberstab. Freundschaft und Magie. Friendship is magic. Okay. Danke noch. Stopp. Doch. Ihr habt noch keine Zeit, Cati. Auf jeden Fall kommen morgen die ganzen Kommentare. Das ist auch noch mein Little Pony. Und hier ist noch eine Zeichnung. Auch mit Romero. Schau mal, so kann man ein Pony creepy machen. Guck. Okay. Und eine Romero-Zeichnung. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Morgen kommen, wie gesagt, die Kommentare und der zweite Teil davon. Genau. Und dann. Bis. Morgen. Und die Gewinner. Genau. Meldet euch bitte. Sonst gibt's nix. Tschüss. 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 Tschüss.